Hör dir das mal an, das ist das Meer, das ist das South Head, im Hintergrund Sydney Skyline, jetzt scheint genau die Sonne, über der Harbour Bridge, Wahnsinn, Ausblick vom North Head auf Sydney, auf Julia in ihrem Element fotografieren. Irgendwo da ist auch noch die Mama, die ist schon auf dem Rückweg. Vielen Dank.